So, Folge 230, glaube ich inzwischen. Willkommen zurück. Let's play. Mass Effect Andromeda und die beiden quatschen dann nochmal da. Finde ich ganz nett, aber ich habe Wichtiges zu tun. Ich gehe jetzt... Hier können wir nicht runter. Zum Zermkern, die letzte Erinnerung steht an. Und da müssen wir noch herausfinden, was das mit dem Ganzen... Was das Ganze mit dem... Ja, mit dieser Nachricht auf sich hat. Ob das mit der Saharianischen Arche kein Zug von... Das müssen wir auch noch herausfinden. So, jetzt geht es erstmal zum Zermkern, die letzte Erinnerung. Dann habe ich das nämlich auch abgeschlossen. Es schreit alles nach Finale, aber ich weiß nicht, ob ich das große Finale in dieser Folge jetzt schon noch spielen kann. Das ist sehr, sehr bitter, weil ich mich eigentlich darauf gefreut habe, das Spiel endlich abzuschließen. Nicht, weil ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe, sondern weil ich endlich meine große Belohnung in Form eben dieser... Sehe ich es richtig, dass Sie die Macht besitzen, die Atmosphäre der Station entweichen zu lassen und dadurch sämtliche Organismen an Bord zu töten? Meine Programmierung würde das nur unter extremsten Umständen zulassen. Was genau wären das für Umstände? Warum wollen Sie das wissen? Nur so? Was hat das mit dieser KI auf sich? Ryder. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Moment. Es gibt eine zusätzliche Sicherheitsebene. Was hat Jiren Garson gleich nochmal gesagt? Das Codeboard lautet Falkrum? Es hat funktioniert. Das ist die letzte Erinnerung, die Ihr Vater verschlüsselt hat. Aus der letzten Planungsphase für die Abreise der Hyperion. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kerstis, danke für den Anruf. Nicht viele geben noch zu, mich zu kennen. Ich schulde dir was. Wir hatten gute Zeiten auf der Sittadale. Mein Sohn Gareth arbeitet jetzt dort. Zehe ich Sicherheit. Und? Er sagt, der Rat hält Commander Shepard's Geschichte für Schwindel. Aha. Aber? Privat sind Sie da angeblich nicht so sicher. Diese Bedrohung, die heißen Reaper? Shepard, wenn Sie so, es geht um einen Zyklus, ein Massensterben, das alle 50.000 Jahre passiert, galaxienweit. Und angeblich, es soll bald wieder der Wecker klingeln. Unglaublich. Ich weiß. Aber Gareth hat gesagt, dass Shepard total vernünftig ist. So wie du. Ein N-Sieben. Wenn der Commander also sagt, dass diese Reaper kommen, dann will ich nicht dabei sein. Danke, Kerstis. Mach's gut. Ja. Ich hab mich umgehört. Könnte was dran sein. Wenn es wirklich zum Krieg kommt, wird es einen Ressourcenbedarf geben, wie noch nie zuvor. Das Chaos wird gigantisch sein. Wir sollten den Zeitraum beschleunigen. Aber ohne den Grund zu verraten. Bloß keine Unruhe. Die Archen müssen unterwegs sein, bevor der Kampf beginnt. Wir dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Richtig. Ist noch etwas? Sie sprachen schon vor Jahren von Rettung für viele. Sie wussten, was kommt. Ich wusste, dass etwas kommt. Theoretisch. Durch Shepard wurde es real. Jetzt, als Sie recht behalten haben? Brauchen wir eine neue Heimat. Wir werden alles sein, was von der Zivilisation übrig bleibt. Sam. Ja, Brassweiler? Finde meine Kinder. Ich muss mit ihnen reden. Dringend. Und wie geht's, Alan? Nach wie vor in Stase. Ihre Krankheit schaltet dadurch nicht weiter fort, wie erhofft. Ihre Kapsel muss auf die Hyperion. Unter falschem Namen. Ich sag's den Kindern, wenn die Zeit reif ist. Was? Sam. Übertrage den Parfum der Zugang. Erinnerungen verschlüsseln. Noch besteht Hoffnung für deine Mutter. Die Mutter lebt noch? Mom ist hier. Sie lebt. Alec hat jede Kenntnis dieser Erinnerung blockiert. Ich weiß erst jetzt wieder, dass er befohlen hat, Alan in Stase zu versetzen. Er hoffte dadurch, eine Verschlimmerung ihrer Krankheit aufzuhalten, bis eine Heilung möglich wäre. Sam, das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Sie bittet in der Tat Grund zum Optimismus, obwohl Alec nicht vorzeitig Hoffnungen schüren wollte. Das ist der Grund, warum sie zum Pathfinder gemacht wurden, um dafür zu sorgen, dass sein Ansatz auch umgesetzt wird. Wo ist Mom jetzt? Hier auf der Hyperion. Alan liegt in einer Stase-Kapsel unter dem falschen Namen Elizabeth Riley. Das war also Dads Plan. Alec konnte nicht mit dem Gedanken leben, dass Alan gesund wird, nur um zu erfahren, dass sie gestorben sind. Er opferte sich selbst, um zu gewährleisten, dass sie und Sarah eines Tages mit ihrer Mutter vereint werden. Außerdem war er besorgt, dass seine Informationen über die Reaper und den Wohltäter geheim blieben. Er vertraute ihnen dieses Wissen an. Weitere Looks mit relevanten Informationen sind jetzt in Alecs Quartier freigeschaltet. Jetzt wissen wir, was Gian Garson gemeint hat. Etwas Großes hat den Wohltäter in Angst versetzt. Es waren diese Reaper. Was weißt du über sie? Ein Specter in der Milchstraße, Commander Shepard, strengte 2183 eine Untersuchung über die Existenz eines alten Volkes an, das Reaper genannt wurde. Shepards Informationen besagten, dass die Reaper die Milchstraße alle 50.000 Jahre überfallen, um jedes komplexere organische Leben zu vernichten. Angeblich wiederholt sich dieser Zyklus schon seit Jahrmillionen. Shepard behauptete, die Rückkehr der Reaper stünde unmittelbar bevor. Das war vor mehr als 600 Jahren. Hatte Shepard recht? Sind die Reaper zurückgekehrt? Zusätzliche Loks wurden im Quartier ihres Vaters freigeschaltet. Ihre Implikationen sind beunruhigend. Ihr Vater hielt es für sinnvoll, dass sie diese Informationen erhalten, sollte ihm etwas zustoßen. Aber warum wurde Gian Garson ermordet? Erinnern Sie sich an Garsons Wort über den Wohltäter. Jetzt werden hunderttausend von uns nach Andromeda geschickt. Ich hoffe, es ist zu unserem Besten, aber ich habe meine Zweifel. Was bedeutet das? Wer war oder ist der Wohltäter? Unbekannt. Haha, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Das ist der Unbekannte gewesen. Es gibt nur eine einzige Person, die wusste, dass die Reaper kommen werden mit Shepard. Und das war der Unbekannte. Und es gibt auch nur eine Person, die Macht und so viel Einfluss hat, um so eine Expedition auf die Beine zu stellen. Und das ist der Unbekannte. Es kann nur der Unbekannte sein. Das ist bestimmt die Antwort. Oh, wie cool, dass das jetzt alles noch einen Zusammenhang gibt. Auch die Rücksicht auf, oder die Informationen auf die Milchstraße, auf Shepard und auf die Reaper-Invasion. So cool. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar mehr Informationen bekommen. Hier haben wir es. Wow. Hallo, Alec. Hier ist Liara Tassoni. Und wir schreiben das Jahr 2186. Ich weiß nicht, ob Sie diese Nachricht überhaupt erhalten, aber wir haben vor einigen Jahren mal korrespondiert. Ich erinnere mich, dass Sie von einem Plan zur Ansiedlung in Andromeda sprachen. Ich weiß nicht, ob Ihre Schiffe es aus der Milchstraße rausgeschafft haben, aber hier ist etwas Furchtbares passiert. Ich bin bei Commander Shepard und einer tapferen Crew. Wir versuchen eine Waffe zu bauen, um das Ruder doch noch herumzureißen, aber... Ich fürchte die Zivilisation, wie Sie sie kannten. Die Bevölkerung der Milchstraße, wie Sie sie kannten, könnte endgültig untergehen. Sie sind möglicherweise alles, was übrig bleibt. Bitte vergessen Sie uns nicht. Bewahren Sie uns in Ihren Herzen und berichten Sie Ihren Kindern von den Wundern, die es einst gab. Im Namen der Crew der Normandy SR2. Hier spricht Dr. Liara Tassoni. Ende der Nachricht. Das Personal der Allianz wird gebeten, sich für eine Notfalleilmeldung bereitzuhalten. Dies ist ein galaxieweiter Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Stephen Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz im Soilsystem bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Ich wiederhole, Angriff der Reaper läuft. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsseltem Kanal Crimson Tasset. Der Himmelsschützer ist. Der Angriff auf die Erde. Hier spricht das Palavan Oberkommando. An alle torianischen Einheiten in Reichweite. Katastrophaler Angriff der Reaper. Du magst für Gorion ist tot. Horteneinheiten suchen demnächsten in der Herrschaftsfolge. Werden Anweisungen erteilen, sobald alle runter! Das ist cool. Alec, hier ist Jeanne Garson. Für die Akten, Jahr 2185. Es geht um Fulcrum. Ich bin auf der Nexus und wir gehen für die Reise in die Stase. Anscheinend schlafen sie schon. Ich bin sehr beunruhigt wegen unseres Wohltäters. Zumal wir immer noch nicht wissen, wer es ist. Und das Leben so vieler liegt in unserer Hand. Ich hätte früher etwas unternehmen sollen. Ich mache mir große Sorgen, Alec. Wir müssen reden, sobald Sie Andromeda erreichen. Jeanne, ich habe Ihre Nachricht über Fulcrum erhalten. Wir haben jetzt 2819. Wir haben Andromeda erreicht, aber es gibt keine Anzeichen von der Nexus. Ich teile Ihre Befürchtungen. Höchstwahrscheinlich ist die Milchstraße... Also, dort ist etwas Schreckliches geschehen. Wenigstens das hat der Wohltäter uns erspart. Aber wozu das Versteckspiel? Irgendwas stimmt nicht. Aber wir haben im Moment dringlichere Probleme. Habitat 7 ist möglicherweise ein Fehlschlag. Im Moment zählt nur, dass wir ein Zuhause finden. Ich sichere diese Berichte aus der Milchstraße. Es ist die einzige Kopie. Und ich will nicht, dass es bekannt wird. Was immer auch passiert ist. Es war vor 600 Jahren. Eines Tages sagen wir es vielleicht allen, wenn der Zeitpunkt stimmt. Ich denke, wir wussten immer, dass es kein Zurück gibt. Das ist ein hartes Brett, muss ich sagen. Es kann... Es war natürlich, als Sam gesagt hat, unbekannt. Das war schon der Hinweis. Es ist der Unbekannte, der das alles realisiert hat. Der natürlich von Anfang an, wenn man das Buch gelesen hat, er war ja mit Saron Arterios unterwegs. Saron, der große Bösewicht. In Mass Effect 1. Und die haben zusammen dieses Reaper-Artefakt gefunden. Und von daher hatte er auch diese Augen. Also er war ja infiziert. Er war ja nur eine Marionette der Reaper. Das hat er aber zu spät begriffen. Oder er hat es eigentlich nie begriffen. Er wollte es nicht wahrhaben. Und er ist der Einzige, der zusammen mit Saron die Wahrheit kannte. Saron wurde ja getötet. Er kann also damit nichts zu tun haben. Es kann eigentlich nur der Unbekannte sein. Weil er der Einzige ist, der so viel Einfluss hat, so viel Macht und wahrscheinlich auch das nötige Kleingeld, um so etwas zu finanzieren. Es ist der Unbekannte. Auch das war ein subtiler Hinweis natürlich von Sam. Unbekannt. Es ist natürlich klar, dass damit der Unbekannte gemeint ist. Es war auf jeden Fall... Wie heißt er? Jack Harper heißt er ja eigentlich, der Unbekannte. Wie cool ist das bitte? Richtig cool. Ich würde sagen, ich werde das mal sacken lassen und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich schätze mal, dass wir dann diese eine letzte Mission und eine Kryostation gibt es. Ach ja, wir sollen jetzt zur Mutter. Ja, dann machen wir das ja noch. Dann machen wir das noch. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Er wird sich natürlich selber freuen. Ich hoffe, wir können selber auch dazu holen. Das ist nicht gut. Verdammte Exilat. Wo ist denn die Kryo? Hä, wir sind doch hier in der Kryo. Komme ich da gar nicht hin? Das wäre hier, aber hier geht es nicht auf. Moment mal. Ach, das ist hier eins weiter. Hinten ist es. Hey, wo ist die Sarah hin? Ach, da ist die Sarah. Sie wusste es. Na schön, hier ist die Kapsel, zu der ich kommen sollte. Was ist so wichtig an Elizabeth Riley? Ich könnte dich natürlich noch ein bisschen auf die Folter spannen, aber das hier ist Mom. Was? Ich habe Dads letzte Erinnerung gesehen. Er hat sie hierher gebracht. ER ist nicht Elizabeth Riley, sondern Alan Ryder. Wie ist das möglich? Anscheinend konnte ihre Krankheit in der Stase nicht weiter fortschreiten. Ja, der Verlauf wurde gestoppt. Alec versetzte sie in Stase, nachdem sie im Krankenhaus das Bewusstsein verloren hatte. Unglaublich. Dads Sturheit hat sich letztlich also doch bezahlt gemacht. Ich könnte ihn umarmen und dann anschreien. Er hätte es uns erzählen müssen. Dad war eben Dad. Ich bin einfach nur froh, dass sie noch lebt. Wir müssen sie wecken. Davon rate ich ab. Obwohl Alan am Leben ist, würde durch die Aufhebung der Stase auch ihre Krankheit weiter fortschreiten, was letztlich zu ihrem Tod führen könnte. Können wir sie nicht heilen, Sam? Es sind schließlich 600 Jahre vergangen. Genau das war der Plan ihres Vaters. Was soll das heißen? Alec hatte gehofft, wir würden in Andromeda neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, die uns Antworten liefern können. Und wir haben auf unseren Reisen durch Hilius tatsächlich wertvolles Wissen über Genetik erworben. Informationen, die zu einem Heilmittel führen könnten. Dennoch ist Geduld erforderlich. Im Moment sollten sie sich darüber freuen, dass sie noch lebt und dass ihre Taten ja eines Tages das Leben retten werden. Eines Tages reicht mir nicht. Wie lange müssen wir warten? Solange es dauert, ein ausgereiftes Heilmittel fertigzustellen. Wenn uns ihr Leben oder das ihres Vaters irgendetwas bedeutet, sind wir ihnen das schuldig. Sam hat recht. Wenn wir wollen, dass es funktioniert, müssen wir Geduld haben. Es war meine ursprüngliche Aufgabe, Alan Ryders über Leben sicherzustellen. Und ich hoffe, wir drei werden sie eines Tages erfüllen. Gemeinsam. Boah, krass, wie der Spiel auf einmal nochmal anzieht. Was ist da denn los? Also, die Mutter ist noch am Leben, der Vater ist abgemurkst worden. Sarah hat sich wieder schlafen gelegt, wie das Mädchen. So, da mache ich jetzt aber Schluss. Äh, Feierabend und dann, ja, endet diese Aufnahmesession für mich, weil weiter kann ich nicht gehen, sonst, äh, spiele ich wieder bis in die Nacht und das will ich nicht. Ähm, das heißt, ich muss das alles wieder auf morgen verschieben. Nein, es wird immer wieder einen Tag weiter verschoben. Nein. Na, egal. Ich werde jetzt hier, diese Aufnahme ist ja schon beenden und dann, äh, die nächste vielleicht morgen weitermachen, mal gucken. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war es das jetzt von mir und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.